So Leute, herzlich willkommen zu Road to Commander Episode 8. XLM Famous ist immer noch am Start mit dem skilligen Emblem 50 kills im Last Stand oder 100, ich weiß es nicht. Weiß es auch nicht. Alter, warum machen wir hier die ganze Zeit Lobbys auf? Da kann ich auch mal nach einer guten Map suchen. Au. Wir hätten jetzt den wo reingeschmissen. Ja. Ach, Janik, hast du gut gemacht. Oder? Eventuell bleiben wir hier drinnen, keiner weiß es. Ja. Oh, The Boss 06. Oh, King Finer. Hat der King Fati im Bruder? King Finer 8. Ist das King Finer 9, 7, 6? Nein. Glaubst du, der King Fati guckt deine Videos? Der, ich hab mit dem schon RTC-Fahrt gemacht. Das ist aber scheiße, dann muss ich ja auch passen, was ich sage. Da ich jetzt hier wieder irgendwas sage, was für mich alltäglich ist und der nimmt das als religiöse Beleidigung auf, ey, dann kriege ich hier direkt wieder eine Anzeige, ey. Kommt hier direkt das nächste Facebook-Profil, ey. Like a Dingens, äh, like, äh, wie heißt er? Äh, like a Julius. Anzeige. Basti? Ja, ja, ich bin wieder da. Hallo? Ja. Jörg die. Ja, muss ich aufpassen, dass jetzt hier nicht gleich das nächste Excellent Famous YouTube-Profil kommt. Das andere wird übrigens gesperrt. Muss aufpassen, dass, wie heißt es jetzt, äh, das Anzeige gibt so like a Julius. Du hast mir noch auf Facebook was geschrieben, hast du, äh, 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 ja. Ja, das war der Skype-Verlauf, weil der Skype-Verlauf ja gestern Abend nicht angekommen ist erst. Okay, okay. Oh, keine Godmode-Klasse? Nein. Hängt ja nur. Lol, ich konnte mich gerade drehen im Zuschauer-Modus, der Spawn nicht schief. Siehst du das? Ja, einer vor mir ist auch schon schief gespawnt, ey. Man kann doch mit dem Rücken zu den anderen spawnen, wenn du darfst. Ja, ich glaube, dieser Fruit Apple zum Gegner-Team ist dann der Hacker. Oder dieser Silver-Stall oder was weiß ich, ey. Ja, einer ist unsichtbar, geh direkt raus, bitte. Hat keinen Sinn, hab ich keinen Bock drauf. Post waren wir eh nicht. Waren es jetzt auch schon wieder mit Part 8? Ja, genau. Uh. Borntrap. King Niko HD. I sell modded XP. In XP-Lobby, wird es jetzt hier nach der Runde schon direkt Level 80 sein, oder? Fastes RTC. Wenn nicht, dann geh lieber raus, ey. Ah, die Lobby wird eh nicht voll, ey. Elite-Hex-YouTube hatte ich in einem Kommentar erwähnt, unter irgendeinem Foto. Dann kauf dir ne Dex. Ist das dreist. Wofür steht denn die Abkürzung eigentlich? Ja, Dex hab ich auch keine Ahnung, wofür das steht. Developer? Irgendwas wahrscheinlich. Ja. Hauptsache man sieht in MW3 voll viele Realtime-Modder und in MW2 gar nicht. Ich hab glaub ich in MW2 einen einzigen gesehen, der irgendwie so namenfarbig gemacht hat. Wir wurden besiegt. Oh. Wir wurden besiegt, aber echt? Ja, hättest du dir in den Clan geschrieben, dann werden wir in den Clan-Tag geschrieben. Wären wir ins Gewinner-Team gekommen, ja. Aber so nicht. Connection ist gut. Oder auch nicht. Kill confirmed, dass nach 10 Minuten beendet wurde. Patrick hat mich einfach in der Tür noch hier. Ich bin mal eben kurz pissen. Okay, okay. Dann kann ich ja die Leute hier noch ganz gut unterhalten, also... Mal auf, Leute. Ich seh grad'n Video auf Facebook, keine Ahnung, wer sowas überhaupt nicht mehr reinsteht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so in einem YouTube-Video einfach... Also ihr wisst ja, was auf Facebook immer so für Videos... ...postet werden und so. Ist auf jeden Fall ein krasses Video. Da sollte einfach ein Porno gedreht werden und der Typ, der kommt einfach nicht zur Frau hoch. Weil die Olle irgendwie auf High Heel steht. Und der Typ ist so klein. Das sieht so lustig aus, ey. Ich bin ja perfekt wieder da, ey. Ja, ich hab deine Zuschauer unterhalten. Okay. Weißt du, was mich mal interessiert hätte? Du kennst den Modus Team-Verteidiger noch. Ja, hab ich nicht gespielt. Ja, da hat man ja... Was? Hab ich nicht gespielt. Da kriegt man auf jeden Fall, wenn... Das ist quasi so, ein Teammate hat die Flagge und den muss man beschützen. Und wenn das Team... Ähm... Das Team, das die Flagge hat, wo ein Spieler die Flagge hat, kriegt er Doppel-EP und... Also doppelte Punkte. Kriegt man denn dann eigentlich, wenn man Team-Defender... Äh... Krank... Okay. 8000-EP für einen Kill... Läuft. Ach, ne, 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 doch, warte mal, 16 mal 50... Ne, das sind 800-EP, sorry. 800-EP für einen Kill. Ja, aber dann kommt der, wenn du mit Specialist spielst, ist er eh noch dieser Specialist-Bonus die ganze Zeit dazu. Wie hoch ist der? Ich glaube, das ist immer unterschiedlich. Also ich glaube, der kommt auch nicht pro Kill, das ist immer... Ne, alle zwei Kills kommt der. Ja, siehst du, und das sind dann auch noch mal irgendwie... Ich glaube, das... Bei Hohenert oder so? Bin ich sicher. Ne, bei B ist keiner... Ich nehm mal B ein. Ich versuch's zumindest nicht. Ja, ich bin bei A. Ja, hol mal die Leute da alle vorweg. Bei A. Dann nehm ich jetzt nur noch gechallt B ein. Ohne erweiterte Magazine ist ja echt scheiße. Macht nix. Tot. Typ kommt einfach... Sniper läuft standardmäßig mit... mit anderen Waffen rum, ey. Wir haben gleich viele Kills. Wie kannst denn du schon so viele Kills haben, ohne bei A gewesen zu sein? Weil ich der Baba bin. Ey, ich werd... Mann! Das ist einfach ein Scheißspiel, ey. Ich kann's von Part zu Part... Also ihr müsst mich jetzt eh noch ertragen, bis der Yannick LW80 ist, ne? Hat vielleicht Spaß gemacht, die ersten 6-Rooter-Commander oder ersten 7-Rooter-Commander-Parts. Aber ab jetzt wird hier ein anderer Wind, Leute. Könnt ihr euch jetzt mal hinter die Ohren schreiben, ey. Ab jetzt wählt hier ein anderer Wind-Freundchen, ey. Was? Fuga Rage, bis der Yannick LW80 ist. Gut, bei A spawnt keiner mehr. Da dachte ich mir schon, ich könnte jetzt mal die 53 Sekunden überhaupt droppen. Nix. Ja, echt, ey. Also sowas hatte ich auch schon mal in einem Clip, ey. Da hab ich mit der Soul gespielt, ey. Da hatte ich auch eine 20er Gunstreak in ein paar Sekunden. Und danach hab ich die ultra vielversprechende Prater rausgehauen. Das Einzige, was ich geschafft hab, war meinen eigenen Payflow zu schrotten. Jawoll. Der fliegt mir einfach den Weg. Das ist genauso wie bei der A10 MW2, wenn du da den Payblor auslässt. Wenn der eigene Harry, ja. Oder ja, oder den Payblor halt auch irgendwie zerschrottest. Aber der Payblor hat auch eine extrem große Hitbox bei der A10, ey. Da kannst du nicht so einfach durch die Flügel da durchschießen, ey. Also, da durch den Payblor so ganz knapp vorbei, nee, nee. Okay. Der Payblor, der ist nicht so richtig gut modelliert, so die Hitbox. Das ist einfach nur ein fetter Katzen, Alter. Wenn da irgendwas mal dagegen kommt, dann ist Ende im Kalender. Och Mann, der kann doch gar nicht wissen, dass ich komme. 17-4, was da los? Jawoll, der hat Jude im Clan-Tick. Ahahaha. Warum hast du schon 17 Kills? Weil ich der Baba bin. Du musst ja, ob ich Jude in dem Clan-Tick schreiben, dann geht das alles ein bisschen besser, ja. Wie der Typ im Gegnerteam auch, hey, ist doch... Da, 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 da. Wieder Bonus. Was? Was? Woher das denn? Tot. Das ist ein Perk, ey. Ah, 26,5. Blöd. Ey, klar, wir sind einfach auf 100. Auf 100. Mit ACR Schalldämpfer only. Ja, womit denn sonst? Ja, ohnex. Ey, es... Ne, hier sehe ich nicht ein. Komm, hör auf, ey. Ey. Ich will doch nur spielen. Er spawnt einfach neben mir. Warum zum Teufel? Was ist denn der Kack hier? War doch nix. Dun, 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 dun. Ich hole jetzt die Reaper runter. Ich schließe die ganze Zeit drauf. Warum hält die eigentlich mehr aus als eine Drohne? Die ist doch nicht ungefähr... Also die ist doch nicht sehr viel größer als eine Drohne, ey. Na, dann fällt die Pisse weg, ey. Wie war das nochmal an Harrier, der Rage quittet? Eine Reaper, die Rage quittet, ey. Das können hier wirklich 70-80 Kills werden Ja, bei mir nicht Mir ist hier ja beschäftigt hier Nein, ey Ah, es ist hier als Abschluss Ja Das war ein Career Ender Der hat bestimmt auch YouTube gemacht Jetzt hat er seine Karriere Oh, wie es ne Vokern Styler Ich will echt nix sagen, war Aber welcher normale Mensch nennen sich Styler Ja, der anscheinend, ne Wieder Bona Aber ich glaube, Patrick's I'm the Game Also von Elite Hex selber auch was mit Styler Auf der Xbox Ey, der hieß doch A&P Mario Äh, A&P Luigi Nee, nee, auf Xbox noch ganz davor Noch bevor der auch Oh mein Gott, hätte ich da wieder erweiterte Magazine gehabt 41,8, ey, was denn da los Ja, ich versuche die ganze Zeit Hier mit Win B einzunehmen, oder Oder Nee, nee, da tut sich nix Da tut sich nix Kannst sie ruhig auch so lassen, ne Also von mir aus Können die B und C haben Die sind YouTube spawnt Nee, nee, die spawnen nicht gut Das ist, äh, eine Fata Morgana Ich finde den C spawnt teilweise sogar geiler als in A Ich finde In C kann man sicherer Balls deep rushen Mann, ich sag dir was du kannst, ey Ein Scheißkind Du Robot Bowling macht dir alles kaputt, Mann Er hat dir alles kaputt gemacht Die dumme Misssau ist ja in Rente gegangen Wahrscheinlich schon mit 38 oder was der ist, ey Scheiß Misskind, ey Jawoll Also MW3 war ein Kracher Und zurückgezogen Bitte War denn MW2 eigentlich auch schon dieser komische Community Manager? Äh, da war der, glaub ich, Pressesprecher Das ist nicht dasselbe? Kön- Weiß ich nicht Ich glaub der Community Manager hat noch ein bisschen mehr Zu tun Der muss auch noch ab und zu mal twittern Jawoll, Leute Wir haben jetzt wieder ein bisschen was gepatcht, ne Drohbriefe bitte an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse Ey, die könnten eigentlich locker so eine E-Mail-Adresse aufmachen Wo einfach nur Drohbriefe hingehen können Also nur Droh-E-Mails hin sollen Wird der Postkorb immer voll, ey Postkorb? Der Postkorb, Janik? Ja Okay Was ist denn Post? Ey Oh mein Gott Zaunsturm, der hat ja sowas von Legswitch Ja, Legswitch, Jungs Das ist ja nicht mehr normal Die Schüsse gerade bei dem nicht angekommen sind Ey Leg Oh, Godmode, klasse Ey Ich hatte schon C eingenommen Jetzt ist die Flagge wieder unten Eingenommen Ey, das ist doch ein Witz Das seh ich jetzt nicht ein Ne, 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 ne Das seh ich jetzt überhaupt nicht ein Normale Menschen regt sich auf Oh, ich hab den so gut wie gekillt Ey, ich hab die Flagge schon fast eingenommen Ich hatte die Flagge schon fast eingenommen, Mann Ach, Mann, ey Ah, die gehen auf A Ab und zu frage ich mich immer, wie wäre wohl das Call of Duty Leben, wenn man gut wäre in COD, ey Kann ich natürlich Man urteilen Man urteilen Ja Ja, Reaper, lass die halt nicht A einnehmen GG, Triple Cap Ruinier das gute Gameplay Hast du eigentlich gewusst, dass ich, äh Meine BO1 Gameplays nicht selber gespielt hab? Ich hab meine Raker spielt Ah Sag's bitte keinem Ah Ah Ah, bitte nicht weitererzählen, ich hab noch einen Ruf zu verlieren Ist hier Bleibt hier alles unter uns im Live-Com Hab ja echt einen Ruf zu verlieren, ey Wenn dat an die Öffentlichkeit kommt, kann ich mir da jetzt selber ein Grab schaufeln, ey Was kriegst du dich eigentlich über Triple Cap auf? Wir führen doch gerade mal mit 30 Punkten und das bei 150 Ja, schon Ja, moin Haben die genau wieder Double, Dual Cap, Dual Cap Dual Cap? Richtig Ja, Boner Das wird mir mal ab Ich muss mir jetzt einfach Logic Bonen vorstellen Suffern, Fell, Schwanen, Keynes Einer aus unserem Team ist unsichtbar soprattutto Halt's auf Ja, doch Also ich hab eben einfach nur Namen gesehen, aber da war keiner gewesen, also ich denke mal, dass der unsichtbar ist, also Wäre nur logisch Graan, ich aim' wie ein Stück Scheiße Wie aim' den ein Stück Scheiße? Ja weiß ich nicht Ja moin Boah, Panic Knife, ey. Ja, hi. So wie. Ja, was weiß ich. Ja, einen Moment gleich. Nimmst du auch eine Episode mit Facecam auf, Yannick? Ich weiß es nicht. Nimm mal einer auf, Yannick. Sicher, sicher. Nein, er kippt mich durch einen Pfeiler. Das hätte noch die Moab werden können. Durch einen Pfeiler? Ja. Achso, ich dachte jetzt eben, der Pfeiler hat dich getötet. Durch einen Pfeiler hat er durchgeschossen. Ah, das ist doof, ey. Wir gewinnen schon wieder zu hoch. Mann, oh Gott. Das Spiel ist scheiße. Ich hasse es. Wir gewinnen zu hoch, klar. Wir führen mit 17 Punkten. Ja, wir gewinnen... Ach, wir gewinnen wir schon wieder hoch. Mann, ist das doof, ey. Ach, er ist echt doof gelaufen. Schon wieder um die Ecke. Curving bullets like a boss. Ja, ist nicht normal standardmäßig jeden Tag am Start, nee. Ganz besonderes. YouTube-Video. World's first, Curving bullets. Ich fand das lustig, wie der Erik übertrieben hat mit den Filmsequenzen, ey. Ja! Siegut, wurde es wieder lustig, ey. Aber nur wegen der Übertreibung, ey. Mehr nicht. Mann! Mann! Ich will nicht mehr, ey. Holt mich hier raus, ey. Ich bin ein... YouTuber. Ich bin ein CBD-Pulbiger. Achso. Gut. Ja. Macht nix. Fünf Minuten. War schon wieder 70 Kills, aber macht nix, Janek. Carlin. Carlin, ich spiel grad über WLAN. Zählt das auch? Habe ich jetzt irgendwelche Nachteile? Die kriege ich jetzt extra Punkte? Anders nehme ich nicht so gut, ey. Die Con. Ja. Nicht mal 40 Kills. Gigi. Nicht mal 40 Kills. Läuft. Was ist denn das für ne Waffe? MK14? Jo. Kann ich nur ans Herz drehen, das ist ne gute Waffe. Ist auch nicht overpowered. Nämlich. Nett. Aber mit WLAN geht der Ping anscheinend doch? Klar. Ne. Ne, ne, das ist nur... Zugriff. ...ne optische Täuschung. Schon wieder in der Challenge? Wie viele Minuten nimmst du grad auf? Äh, ich weiß nicht. Die Runde geht auf jeden Fall noch. Okay. Was hab ich denn hier noch für Embleme? Embleme? Ja, warte. Ich mach mir auch mal ein neues Emblem. Ach ne, das passt eigentlich schon. Oder hier, was ist das für ne Katze? Erledigen Sie einen Feind von hinten. Katze ist eigentlich auch richtig. Ach, ich will. Die Quote können wir einigermaßen halten, ne? Ey, aus welchem Grund hast du eigentlich dein BO1-Roto-Commander abgebrochen? Gegen der Connection, oder? Ne, weil... Ich sag mal, die Leute interessieren sich mehr für... Also BO1 hat halt keinen gejuckt, weißt du? Das stimmt auch wieder, ja. Außerdem hab ich das ja nur alleine gemacht, weil da so ein gewisser XLM-Famous-Aka-AMP-Mario für immer gebannt ist. Ja. Ich mein, so schlecht war ich gar nicht. Ich hatte, glaub ich, auch ne 2-8er-Quote oder so. Ach, macht nix. Und ich hatte noch nicht mal Yui und so freigeschaltet. Außerdem hatte ich keinen Bock, halt ewig, so ein ewiges Projekt zu machen, weißt du? Deswegen hab ich... Ich mach ja MW3 auch nur, weil das hier so schnell geht, ey. Ja, äh... Hast du schon gesagt, dass sie irgendwie vergessen haben, WXP abzuschalten? Ne, ist das... Ich weiß gar nicht, ist das... Doch, hab ich, glaub ich, bestimmt, aber... Ist das eigentlich auf Xbox auch? Ne, auf Xbox ist normal. Richtiges COD4. Ja, einfach vergessen. Oh, also, ja, wir haben's... Ach, Mann. Oh, Gottmode, klasse. Das ist einfach asozial, ich schwör's euch, ey. Sind doch noch 2 mit, also, Gottmode, klasse, ey. Hab ich dir schon erzählt, gestern beim Road to Commander. Einfach 5 Leute. Hatten alle GTA 5 im Klantag und dann Gottmode, klasse, an. Muss einfach nur gucken, der... Ach gut, jetzt ist hier keiner Prezige 20, das ist natürlich jetzt doof, ey. Keiner Prezige 20 ist, ey. Aber ich glaub, Antike... ... noch rausgeflogen. Keine Netzwerkverbindung entdeckt, GG. Hä, du hast doch grad noch einen Kill gemacht. Ne, echt? Habe ich ja, ich bin jedenfalls rausgeflogen. Ja, warte, ich lade dich nach der Runde dann ein. Keine Netzwerkverbindung entdeckt, was? Ja, das ist mein WLAN. Lol, hier ist ein Gegner ge-freezed. Nein. Marcel Rowan. Der neue Marcel Scorpion. Der neue Marcel da ist, ey. Ey, wie kommt man auf Marcel Scorpion? Weiß ich nicht. Also, Marcel heißt der ja wahrscheinlich wirklich, aber... Weißt du, er heißt Scorpion? Ja, ganz sicher ja nicht. Bestimmt. Der heißt Scorpion mit Nachnamen. Ich meine, es gibt auch Leute, die heißen Rohrwasser mit Nachnamen. Was ist hier für ein Video? Horensöhne zerstören 100+. Oh, Cope like a ball hawk. Den hab ich grad eben nicht gesehen. Was ist denn das hier für ein Gameplay? Horensöhne zerstören kleine Afghan Destruction. Was hast du für ein Thema? Das Gameplay ist schon über 8 Monate. Das hab ich nur wieder reingeklatscht, weil die Gamer das gesperrt hatte. Okay, was hattest du da am Ende? 96. Und hatte noch ne Predator auf Tasche und... Äh, was noch? Und die ACs waren so schlecht, dass ich die sogar vorgespult habe. Ja gut, hat aber der Striker auch immer gemacht, auch wenn die gut waren. Was? Nur 25 Kills vorspulen. Das hat doch ne Rake auch gemacht im BO 1 mit den Chopper Gunnern. Einfach Chopper Gunner reinrufen und dann fängt es wieder da an, wo man den Chopper Gunnern wieder weglegt. Ja, aber Chopper Gunnern ist ja auch nicht so geil anzusehen wie AC. AC wird auf der Dauer auch langweilig. Glaube ich geh mal raus. Ich lade nochmal den XLM-Farmus ein. Glaubt man mich jetzt eigentlich in deinem Rotokop... Oder nimmt dein TS jetzt nur das jetzt hier auf? Äh, nur deine Stimme? Ne, ne, uns beide. Jetzt hier umsonst regelt die ganze Seite. Haha. Ich hab mir auch die Spucke sparen, ey. So, Spielanladung annehmen, eintreten. Ah, ich hab Konzentration frei. Moin. Ja, ich mein, du musst mich nochmal einladen. Okay. Da stand irgendwie, du bist noch auf Herrschaft Interchange und deswegen... Ja. Jo. Ich hab die PM9 frei. Die Spielzone, zu der sie eingeladen wurden, ist nicht mehr verfügbar. Dann lad du mich ein, wo mir ist. Juti, mach ich. Ich mach ihn hier. Der Alex zockt Skyrim, ey. Was denn los bei dem? Da kann man den Upload doch gar nicht so ausnutzen. Beitritt zur Spielsitzung, das hängt schon ewig. Ich glaub, da melde ich mich mal kurz im PSN ab. Ich würd das dir auch raten. Juti, mach ich. Und Dashboard. Und anmelden. Meldet an. Guck mir nochmal den Forza 5 Xbox One. Ja. Einen Moment. Ja. Ja, eine Runde. Zehn Minuten. Erstens für dich. Jungs. Wann bist du wieder on? Also, ja, bin ich. Also, wenn ich deinem Abonnenten mal was empfehlen kann, holt euch ne Xbox One mit Forza Motorsport 5. Einfach unglaublich, wie das Spiel aussieht, ey. Da krieg ich schon so ein Gefühl für dieses Spiel, ey. Ist jetzt schon 5 Level aufgestiegen in einer halben Stunde oder so? In einer Stunde eher, ne? Ja gut, kann sein, ja. Kann sein. Kommst du? Ja, ich hab schon auf Eintreten gedrückt. Dauert noch. Bitte warten. Bin drinne. Bin drinne, Jungs. Also, noch eine Runde. Machen wir wieder ne Lobby auf? Ne. Oh, nein. Game X. Oh, jetzt sind sie rausgegangen. Kanntest du die nicht sogar? Also, den Destroyer Reaps und so, die kannte ich alle. Stimmt, die hab ich auch schon mal gesehen. Aber ich hab jetzt nur auf den ersten Namen geachtet. Destroyer Scuff heißt der einfach. Woher weißt du jetzt, woher siehst du jetzt auch den Namen? Ja, unter der letzte Spieler. Ich hab nur noch mal geguckt. Achso. Anime X Gamer. Destroyer Scuff. Kampfheizung. Destroyer. Tigrex. Destroyer Reaps. Destroyer Adler. Richtiger, richtiger Reichsadler, ey. Game of Underground. Jo. Jo. Eigentlich voll rassistisch irgendwie. Also, was heißt rassistisch? Aber irgendwie schon so ein bisschen unfair, ne? Dass oben immer gewinnt. So wie oben gewinnt? Ja, okay. Ja, schon, schon. Ist ja in PO2 genauso. Und in Ghost. Ah, ich find das in MW2, ich weiß nicht. Also, so zockt man halt auch mal so Maps. Überleg mal, so Maps wie Downton würde ich viel häufiger gerne mal zocken, aber geht ja nicht. Botet ja keine Sau für in MW2. Gut, ich mein Karashi. Ist natürlich ein Heim des Eisen, muss man sagen, ne? Das einzig heiße Eisen ist aus Glätteisen, ne? Moa bist der Elite. Was hat der für eine KD? Kommt. Jetzt kommt das. Moa bist der Elite. Hä, der ist gar nicht mehr hier drin, Scheiß. Ja, ja, der ist schon draußen. Mann. Loa, wieder am Haus und du bist so bei mir in der Lobby rein. Kann sein, dass du jetzt einen Force-Assist hast. Force-Hostat hast. Nee. Gut, okay, aber würde das auch gut gehen. Schnell, 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 schnell. Zaunsturm 1899. Jetzt packe ich hier meine... Die kenn ich, der hat mich eben übelst abgefuckt. WONDERLAND! Ich hatte bis jetzt einmal ein 100+. Das war auch noch mit den dümmsten Kriegsstreaks aller Zeiten, ey. Ja, ich hatte 200+, aber das eine war ja auch mehr Lack als Verstand, das auf Bakara. Ich hatte Predator, diesen 6er Luftschlag und 7er Heli. Ja, aber wenn die Cobra kann ja hemmen gehen. Ja, das ist ja genau... Und genau das ist nämlich das Ding. Die kann hemmen gehen, muss aber nicht. Die kann... Aber in dem Fall muss die hemmen gegangen sein, ne? Ja klar, die wurde ja auch nicht runtergeschossen. Nur meine letzten wurden dann runtergeschossen. Ey, kennst du das, wenn du bei 180 Punkten schon irgendwie... Keine Ahnung, so 95 Kits hast du jetzt jawoll, easy 100+, und dann hast du nur ganz kurz vor Ende noch die letzten paar Kits um 100 Kits um 100 Kits geschafft. Ja, oder du schaffst es nicht, so wie ich, ey. Oh, 180 Punkte, oh, BH, IRON, HD, EMP, oh nee, ja gut, war 99 am Ende. Blöd. Ja gut, aber ich hatte auch schon richtig Schiss gehabt, dass ich bei meinem Village 100+, denn ich mir das 100 plus schaffe. Und du hattest Schiss, dass der Kino-Modus hast dich aufgenommen, was dann letztendlich auch der Fall war. Vor allem, ich komme dann aus dem Spiel raus und sehe dann einfach nur dieses komische Kino-Symbol und darunter steht aus. Achso, du hast es ausgeschaltet. Nein, ich hatte den nicht ausgeschaltet. Ein Moment, ja, was ist? Noch lauter, Alter. Ja, acht Minuten. Dann wärme ich es mir wieder auf. Dann wärme ich es nochmal auf. Ich nehm hier gerade was auf. Mein Gott. Wir machen jetzt hier einen auf Dasher-Cod. Hast du es gesehen, den Screenshot, den ich dir geschickt hatte? Äh, ja. Ja, ich sehe jetzt gerade, dass der Bildschirm leider viel zu früh dunkel wird, dass wir die dritte Mauer gar nicht sehen, aber ihr könnt mir vertrauen. Oh, ich sehe jetzt gerade, dass man das Scoreboard gar nicht mehr sieht, aber ihr könnt mir ruhig vertrauen. Oh, ihr seht gerade, ich zocke mit zwei Accounts. Gleichzeitig, aber ihr könnt mir vertrauen, das ist legit. Ich hör mal vor, Alter. Du spielst ein ganzes Match gegen neun Gegner und hast am Ende null Kills. Ja, geht doch, wenn man sich einfach nur in die Ecke legt. Ja, ohne sowas. Also jetzt mit ernsthaftem Spielen. Mann, das ist scheiße, Alter. Hör auf zu Hardscope, du Fotze, Mann. Ja, das ist einfach ein Mistspiel, ey. Ganz ehrlich, Alter. Was haben die sich nur mit MW3 gedacht, ey? Ich finde, MW3 ist noch nach MW2 das Beste, ey. Nee, nee. Also wenn es so eine Connection hätte wie MW2, dann ja. Dann auf jeden Fall. Aber so hier, nee. Und auch noch mit den ganzen Deathstreaks. Ich dachte schon, MW2 mit Schmerzmittel ist schon übertrieben. Damals war aber Schmerzmittel noch nicht mal so krass wie in den letzten Jahren. Damals war Lars Stanton MW2 mehr vertreten als Pille. Mittlerweile nicht mehr, ey. Ich weiß noch, ey. Die beste Zeit, als ich gespielt habe, war einfach... Als BO1 noch aktiv war. Das war einfach die schönste Zeit in Call of Duty, ey. Selten so viel Spaß gehabt in jedem... In einem COD. Überhaupt beim Zocken, echt. So viel Spaß, als ich es danach nie wieder gehabt, ey. Oh mein Gott. Vier Leute spawnen vor mir beim Bona. GG. Warum haben die Gegner Triple Cap? Weiß ich nicht. Aber jetzt hast du ja schon mal gut geprophesiert mit den 8 Minuten. Hä? Ich nehme A ein für die EP. Punkte sind alles. Wie war das nochmal? Punkte gleich all. At all English Players. Äh. Kannst du mir nochmal verraten, was heißt... Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, nur Double Kill. Kannst du mir nochmal sagen, was as many as possible heißt? Oh mein Gott. Das ist scheiße, dieses Spiel, Mann. Ich hau einfach die Predator raus, weil ich sehe, gut, da ist jetzt ein teammate unterwegs. Der wird mir... Der ist nicht so schlecht, dass er das jetzt nicht schafft. Nein, das kann gar nicht sein. Der wird das schaffen. Nein, er schafft es nicht. Natürlich schafft er es nicht. Hey. Ich bin ein PS3-Spieler, was erwarte ich mir überhaupt, Mann. Ist doch hier nicht die Elite. Hier sind doch keine MMG-Optics-Scampis, ey. Optics-Scampis. Gibt es wirklich einen, der so heißt? Ja. Kennst du den nicht? Nee. Der ist Scamperjumper. Ey, der Typ regt auf. Das ist ein Sniper, der läuft immer mit Smor rum. Mann, der heißt Sockskandal. Nee, Socksandal. Sandal? Ich weiß es nicht. Sandalen in Socken. Scheiße. Ich wusste gerade so nachher, als ich mir das Bild nicht vorgestellt habe. Früher waren... Socken in Sandalen were all, Alter. Were all. Was as many is possible. Scheiße, ich fahre immer auf den Städte-Gegner-Vollatten. Macht nix. Scheiße. Das ist auch noch ein Spiel. Das ist auch noch ein Spiel. Ey, ich werde schon wieder geharzt. Guck, irgendwann. Da kommt der Moment. Und der Moment, der wird kommen. Der Moment, der kommt. Das ist nur eine Frage. Noch ein so ein Tor. Der Hardscope da immer noch hin, Alter. Hab gehört, in MW2 auf Playstation Hardscope nicht mehr so viele. Da Halfscope'n die alle nur, ne? Die Hardscope'n immer, ja. Immer L1, L1, L1. Aber schießen lassen die immer gedrückt, ey. Das ist ja echt schon. Mann, du Fotze, ey. Mann, das ist einfach ein Scheißspiel, Alter. Final fucking Stand, ey. Weißt du, wann ich aufgehört hätte mit dem Scheiß Roadtokument an einer Stelle? Mit Level 2. Mit Level 2. Mit Level 2 hatte ich mir schon gedacht. Gut, das reicht. Okay, aus. War ja ganz witzig jetzt hier das Roadtokument, aber er denn was kam Patrick übernimmt. Best Name EU plus Best Weapon EU. Ich glaube, ich bin der einzige Call of Duty-Spieler, der sich über richtig sinnlose Scheiße aufregt, ey. Hat mir der Markus auch schon mal gesagt. Ich reg mich einfach darüber auf, wenn ich immer dieselben Leute im selben COD sehe. Darüber reg ich mich zum Beispiel schon auf, wenn ich immer dieselben Leute in einem gleichen Call of Duty über mehrere Monate verstreu... Mann, wie oft will ich denn noch einen von Predator sterben, Alter? Das ist einfach ein Drecksgame, Alter. Du kannst gar nicht rushen, ey. Ich muss hier bald mal spielen wie der letzte Assassine, ey. Du musst bald spielen wie Ghosts. Hier ist einfach ein Joke, ey. Was ist denn was? Ja, nicht, da war ein Gegner, aber wo du standest. An der Kapelle oder was das hier sein soll, dieses komische Brüchchen. Dann hab ich doch hier geholt. Ne, da stand noch einer. Ich bin ja schon da einfach rum, AFK. Ich bin bei A. Jetzt brauchen die gleich eh wieder hinter mir. Mann, 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 Mann! Jawohl, EMP. Oh, endlich, ey. Fantanix, Alter. Was haben die eigentlich alle mit ihren Fantanix, Fantanix, Verschwennix und Energy? Fantastix. Fantastix nicht zu vergessen. Ich finde die krassesten Namen, die mich nerven, sind Energy. Und Fantastix, Alter. Oder X, ne? Oder, ja, X, ey. Hör mir auf, ey. X, die Killerkinder. Oh, mein Händel, übel schwitzig, ey. Ist auch immer so beim Spielen, ey. Dafür bräuchte ich jetzt Skaffröp. Das ist einfach Pisse. Wie viel will denn die dumme Sau noch fressen, ey? Unmöglich, gerade alleine zu fahren, sonst wäre die Konsole schon wieder abgebaut, ey. War da Strom gezogen. Er heißt einfach frischer Martin. Was ist los? Was stimmt denn nicht mit dem? Oh, Predator und Schnubbelmaschinen hier. Uiuiui. Das wird ein Double. Nein! Da kommt eine Predator und klau... Oh! Da kommt eine Predator und klau mir meine Kills. Meine Kills, die ich mir mit... Okay, die habe ich mir noch nicht verdient, aber... Wenn meine Predator hundertprozentig gebracht hätte. Der Typ hat einfach Visier. Oh, ich habe wieder ein Heinz. Gleich habe ich meinen Pavlo und ich bin nicht tot. Ah, ich bin kurz vor dem Muab. Ey, ich bin tot! Fantanix, ey! Oh Gott! Jawoll, Soxandale! Nice, Bodi! Scheiße! Haben wir überhaupt noch Gegner? Ja. Gegner haben wir immer, ey. Musst du... Wünschen. Musst du tief tragen. Nur fest tragen. Mein Gott. Jetzt waren die alle bei A, ne? Ja! Eine Minute! Das Spiel ist einfach Gülle, alter. Das... Ey. Wenn man das Spiel so lange irgendwo liegen lässt, dann riecht das genauso, als wenn man an einem Dorf vorbeifährt, ey. Wo dann richtig schön die Gülle abgepumpt wird, ey. So riecht das, alter. Oder so spielt sich das, ey. So wie das riecht, spielt sich das auch, ey. Scheiße, ey. Muab! Echt? Ja. Hau nicht raus, bitte. Noch nicht. Noch nicht. Nee. Mein Gott. Da wieder Predatron-Schnuppel-Maschinchen. Uiuiui, bin ich überhaupt deep im Spawn. Scheiße. Mein Gott, oh mein Gott. Tot. Na, Double Kill. Wieder High-End. Äh. Ja, Moise. Erste Moab am Start. Mit AC. Ja, guck mal, was wir für einen Clip am Start haben, Leute. Die World's First ist RTC Moab. Episode 7. Guck mal, was wir für einen Clip am Start haben, Leute. The World's First ist Nuklear. Ey! Ein vor Pavlo! Ein vor Pavlo! Oh mein Gott! Kann ich Moab raushauen? Ja, gerne. Ein vor Pavlo sterbe ich durchs Deadman's Hand. Ist das normal? Klar ist das normal. Dann werde ich von irgendwelchen Leuten die Irak im Clan, der kam, weggebombt. Ist das, äh, äh, Karma? Schlechtes Karma? Lass mal noch gewinnen, ich nehme jetzt Flaggen ein, ey. Ich auch. Werden, ich bin tot, 3, 2, 1, down. Wegen Doppel-E-P will ich auch noch die Flagge einnehmen. Cod is for Downies. Habe ich einfach recht gehabt, ey. Ich behalte einfach immer recht. Ich bin Propheseier auf COD. So, vielleicht mal auf C, ne, schnell. Oh ja! Was hat mich denn da geholt? Oh, ich weiß es nicht. Bist du bei C? Ja. Gehen wir jetzt nichts mehr ein. Sterbord. Ein paar Mal dumm. Ich bin nicht so authentisch rüber. Und Match-Ende. G'diegen ist 59, 11. Haben verloren, zählt nicht. War PS3, zählt nicht. Ich habe wie drei Mal vor Pablo gestorben. Ich habe, glaube ich, eben, da habe ich einen Double-Kill mit Flash gemacht oder so. Bei, äh, als vorletzten Moab-Kill oder so. Ja, Level 57. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, können wir das Video gut bewerten. Schaut beim Buzz die vorbei. Link ist in der Beschreibung. Nein, nein, ihr schaut nicht vorbei. Mein Kanal ist jetzt schon zu, wenn ihr das Video seht, ey. Ist schon geschlossen, ist schon gelöscht. Alles, alles gelöscht. Okay, haut rein. Ach, ich habe Hand des Toten frei. Gleich mal ausprobieren. Ja. Jut, haut rein.